Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Forelle mit Meerrettich-Sahne überbacken. Die Forelle mit Meerrettich-Sahne überbacken ist ein etwas ungewöhnliches Rezept. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Vier doppelte Forellenfilets, zwei Esslöffel Butter, zwei Eigelb, 0,3 Liter Schlagsahne, zwei bis drei Esslöffel frisch geriebener Meerrettich oder ein Fertigprodukt aus dem Handel. Spritzer Zitronensaft, frisch gemahlener Pfeffer, Salz. Folgende Utensilien werden benötigt. Backgitter, Auflaufform, Küchenmaschine mit Rührbesen oder Handrührer mit Rührbesen mit einer Rührschüssel, Palette. Zubereitung Das Backrohr auf Ober- und Unterhitze 200 Grad Celsius vorheizen. Fischfilets waschen, mit Küchenpapier trocken tupfen, salzen und pfeffern. Mit Zitronensaft beträufeln. Die Auflaufform gut mit Butter einfetten. Die Filets schräg nebeneinander legen. Die Sahne mit Hilfe der Küchenmaschine zu Schlagsahne aufschlagen. Würzen, den Meerrettich und das Eigelb unterheben. Diese Sahnemasse mit einer Palette auf die Fischfilets verstreichen. Die Auflaufform auf der mittleren Schiene in das heiße Backrohr geben und 20 bis 30 Minuten backen lassen. Als Beilagen eignen sich Salzkartoffeln, Barget. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!